Hallo, hallo, hey, na, na, na süßer, wie geht's? A criminal save heaven, haven, sorry. A Stooshka earns dubious reputation. Antigrian whistleblower denied asylum in Republia. The weather. Okay, ich weiß nicht warum die uns eine dubiose Reputation gegeben haben. Also warum wir eine dubiose Reputation bekommen haben. Wahrscheinlich wegen unserem Scheiß Border Lines District Scheiße muss ich es hier behalten, einen Moment. Daily Bulletins will now contain a listing of the top three most wanted international criminals. Eh. Eh. Wanted criminals, I have nothing to say. Dann verpiss dich. Just when starting to look for criminals. So criminals, what are you saying? Out! Ja, keine Ahnung. Du siehst aus wie ein Criminal. Letztes Mal, ich schwöre, letztes Mal war die Frau ein Criminal. Ich schwöre auf mein Leben. Die war einfach hier in dieser Liste. Genau dieselbe Fresse, ich erinnere mich daran. Eh, dir fehlt alles. Du bist dein Pass, du dummi Nudel. Passport. Und wo ist dein ID-Supplement? Hä? Warum? Die braucht keins, alles klar. Schengelton. 4. 8. 8. RLN. Natalia Kadionova. Collegia Republia Acht-Doschka-Antegria. United Fed. Stimmt es zumindest? Zware? Documents. So. Da fehlt aber das. Ah, so with Country Page. Validate Seal with Country Page. Jetzt müssen wir, oh lol, jetzt müssen wir nochmal da drauf gehen. Boah, wie behindert ist das? So viel Arbeit mittlerweile. Ah, ciao. Echt? Ist ja mega nervig. Es wird immer mehr und mehr. Ich werde bald zu den Beamten, wenn es so weitergeht. Scheiß mit mich, schmeiß mein Studium hin. Und wird Beamter an der Grenzkontrolle in Ashtochka. 1,77, 68 Kilo. 12, jo, 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 P5 GLK, W6 Dark Hair. Was ist das? Das ist Dark, okay. Alberta Damasio. W5, 68, 1,77, weiß auch. Ja, das passt. Transit, was hat die gesagt? Visiting. Aha. Da stimmt was nicht. Was haben sie nochmal gesagt? Yes, of course. I just passed through. Ah. 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 Dies nehme ich mal so hin. Wenn du dich später in die Luft schwingst, dann... Dann haben wir verkackt. Dann habe ich verkackt. So, guten Tag, junger Mann. Christopher Tanstrom. Engineering. Warte mal, ich habe auf das... Sah dir irgendwie so aus? Hoffentlich nicht. Egal. Christopher Tanstorm. Ich lasse es. Mach einfach so, dass ich das so lasse. Genau. Christopher Tanstorm. Christopher Tanstorm. Name stimmt auf jeden Fall. Männlich. Männlich. Das ist vom Monat her auch richtig tall forehead. Was hat er gesagt? Work. Two months. Two months. Ch. VXT. 2XX2E. Ist das auch okay? Ist das auch okay? Gut, Christopher. Pass auf dein... Oh, ich habe nicht auf die Seals geschaut. Alter, auf alles müssen wir achten. Echt. Es ist Schande einfach. Nächste, schnell. Echt. Alter, die sieht mega brutal aus. 47 Kilo. 1,71 Kilo. Just visiting a few weeks. Aha. Matching data. Wenn du meinst. Loren Hoshkin. Mergerous. Echt? Gibt es das? Wie Obristan. Ja. Äh, was gibt es hier noch? 6,4 GBJ. Jo, das passt auch. Ich hoffe, das stimmt alles. Ich lasse dich jetzt mal durch, ja. Tschüss. Loren Hoshkin. Ne, ich stehe wieder. Ich sehe nicht so aus. Oder? Invalid Descript. Bitte. Junge Dame. I do not like your tone. I do not like your face. Fuck off. Nächste. So, guten Tag. Wir sind sie. Kann Lister in Kapow. Hä? Der hat... Der hat... Der hat gerade... Hey. Ich konnte es einfach wieder aufmachen. Der hat aber zwei Pässe gegeben. What? Hey. Na? Na? Nicolaus Perron. Accounting. Aus Haihanenimbor. Short curly hair. Thump. Thump. 91,1,86. Das passt. Nicolaus Perron. Perron. Mein Brain macht gerade Pause. Accounting. Das passt auch. Das hat er gesagt. Work eight weeks. Das passt auch. Haihanen. Ha ha ha. Alter, ich habe keine Ahnung, man. Ich bin gerade voll überlastet. Zu viele Dokumente geben die uns. Tschüss. Bitte. Oh no. Oh. Ich dachte schon. Die beiden haben wir ja schon. Nur noch der obere fehlt. Oder die obere. Oder das obere. Keine Ahnung. Guten Tag. Entry Permit. Entry Permit. Entry Permit. Entry Permit. Oh. Overweight. Ihr Wichser. Hatte ich gerade gesagt. Is it required? Junge Dame. Graire Steffen. Warte mal. Warte mal. Oh lol. Die ist von The Order. The Order 1985. Nein, 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 nein. Ich habe dich doch angenommen. Hey, machen. So. Jungs und Mädels. Wir fangen einfach wieder von neu an. Ich habe die angenommen. Also das habt ihr beide alle. Ihr beide habt das gesehen. Von One Tokens. Hä, was für ein Token. Ach so, das waren diese Dinger. Egal. So, den Tag einfach von neu. Und ja. Geil. Ja, Schnauze jetzt. Ah, die sehen heute auch noch anders aus. Sind nicht mehr so hässlich wie davor. Guten Tag. Ist der das? Der ist zu sein, ich? Ich habe nichts zu sagen. Funny to see you here just when looking criminals. So was selbe. What are you saying? Come on. Have your documents ready. Papers, please. Wer bist du? Korban, Peter. Peter, Korban. 3,3 NTE. QJ. Was hat er gesagt? Visit. 14 days. 3,3 NTE. QJ. Haihan. Ist in Impor. Männlich. Männlich. Sieht so aus. 83,1 76. Schaut gleich her. Ja, das passt. Alles ist in Ordnung. Mein kleiner Freund. Passt auf dich auf. Denn nur dann wird es uns allen gut gehen. Das sah nicht so aus. Ober ist weg. Jetzt fehlen nur noch die unteren. Guten Tag. Boah, die sieht übelst schlimm aus. Die Monsterhume. Mera Rusolina. 1,77 66 Kilo. Du bist gewa... Aber du bist ja ordentlich gewachsen. Ordentlich. Was? Achso, ich habe auf die Haare geschaut. Ähm. Female. Ja. Kann man so sagen. Jetzt Oktovalis District. Guck jetzt. Das haben wir nie angeschaut. Oktovalis. Ja. Äh. 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 Geburtstag. Passt auch. Mera. Tschüss. Mess of. Agana. Hoft. Nächste, bitte. Ja, wer sind sie denn? Boah, der sieht übel brutal aus, der Typ. I have a job here. Engineering. Ah. Hier. Duke of Kyler. Duke of Kyler. Good Vision. Was? Was für Good Vision. 87 Kilo. 1,86. Egal. Duke of Kyler. Engineering. V.C. Ja. Work one month. One year. Aha. Das ist ein fetter, fetter Unterschied. Äh. Right. Iron Man for 30 days. Ach komm. Les Renati. Republia. Les Renati. Ja, das stimmt. Auch. Hä? Irgendwas bedarf. Ein Monat, okay? Ein Monat. Ja, jö. Äh, jö. Äh, jö. Hier, hab. Ich hoffe, ich hab nichts übersehen. Männlich. Echt. Kyler. Geh, geh einfach. So, jetzt warten wir erstmal. Guten Tag. Alter, wo ist dein Pass? Was ist das denn? Mein Gott. Wo? Oh, lol. What the fuck? March and Julia. Die ist nicht von The Order, gell? Wie ist die denn? Aus dem Land gekommen, ohne Pass? Das geht doch gar nicht. Die Order knows. Ah, das ist die von The Order, bestimmt. Elisa Lindberg. I plan to work. Lindberg, Elisa. Remain for 6 months. Month. So, 6 months work. Elisa Lindberg, das stimmt. Female sieht so aus. Overweight passt. 77 Kilo. Schon Overweight. 1,75 passt auch. Äh, aber Overweight ist ja nicht was Schlimmes. 6 months, das passt auch von dem Datum her. Das hier auch. Das hier auch. Und das auch. Die Teile hier, ob die stimmen, das weiß ich jetzt nicht. Da müsstet ihr nicht nochmal nachschauen. Das ist okay. Und das ist okay. Shingleton is in United Federation. Ja, komm. Scheiße, ich hab nicht auf Pass nochmal geschaut. Scheiße. Egal, hoffentlich. No, no. 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 Verdammt. Kein Kommentar, alter, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah, scheiße, die Oma. Die große Oma fehlt uns aber noch. Wanted criminal. Ist das die? Ist das die? Ne. Ich dachte schon, 1,67, 4, oho. Hast du zugenommen, ma? Du Fettsack. You have been selected for a random search. Selma and Josephine. Schauen, solange was hier steht. 1,67, glaube ich, es war richtig. Female, ja. Werden wir jetzt gleich sehen. Äh, ansonsten. East Christian ist auch okay. Wundervoll. Wundervolles Bild, ja. Also, das hänge ich mir gleich an die Wand. Oder die hängt es sich selber an die Wand. Zu Hause dort, weißt. Oder im Gefängnis. So. You can see that. Ne, ne, ich bin blind. Verpiss dich, du Nudel. Ich will ihr Gesicht sehen. Schade. Während sie so abtransportiert wird. Ne. Guten Tag, wer sind sie? Ah, Graire Stefini. Die ist von der Order. Jo, ciao. Jetzt kriegen wir einen Schick. Vor der Stoschka end die Order, Alter. Ah, das habe ich übersehen. Ah, scheiße. Livunsk, Transit-Through-Country-Duration-Stay-Couple-Weeks. Long hair, ja, das passt. 56 Kilo, passt auch. Ja, ja. Livunski, Christopher. Hä? Ist doch ein Männlicher. Egal. Ist eh abgelaufen. Christopher, der Teil ist abgelaufen. Tut mir leid. Ich muss dich leider rauswerfen. Tschüss. So, der nächste. Wir haben 10 Leute. Und die Oma in der Mitte ist noch nicht gekommen. Verpiss, please. Dein Ernst, wo ist dein Pass? Wo ist dein Pass? Schnell. Emma Trudelinski. Verdammt, ich hasse sowas, Mann. Die Szene ist so voll in die Länge. 12, 24. Tune, Manus, ja. Great Rapid, Female, 9, 6, 6. DJ, komm. Komm ins Bild, oma. Komm ins Bild. Bobbt her, ja. Hoffentlich. 11, jetzt kommt der 12te. Nee. True Glorian. Passing through. Na, nee. Ko, ho. I just stayed two days. True Glorian is Republia. Oder? Schau mal nach. R, 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 True Glorian. Ko, na, nee. XV, ja. Dein Gesicht sieht anders aus. Komplett anders auch noch. This is an old picture. Fingerprint, bitte. Small head. Hier. Ist eigentlich das gleiche. Gut, junge Dame. Dann lass ich sie, glaube ich, mal durchgehen. Ja. XV, L, G, ja, ja, komm. Ich hab' auch echt alt geworden, Anni. Pass auf dich auf. Pfleg dich lieber ein bisschen. Komm back again tomorrow. Your family needs medicine. Poof upgrade available. 5 Dollar hab' ich. Denen gibt's allen. Code. Wer ist krank? Onkel und so. Komm, den spendier ich das. Und morgen gibt's dann wieder Essen. Boah. Headminister of Finance missing. Nee. Markets reactive. Fast, was? Fast selling instability. Breakthrough spinal surgery. Perfekted. Only possible. Verstutsch können expertize. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende auch diese Folge hier an dieser Stelle. Es ist schon über spät geworden, Alter. 4.09. Egal. Mach jetzt gut. Bis dahin. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja. Ciao, tschüss. Tschüss. Tschüss.